Doch, kann schief gehen, kann absolut schief gehen. Also für die Linken hängt da sehr, sehr viel dran. Die haben sich halt von vornherein ganz, ganz stark auf das Thema fokussiert, auch im Wahlkampf. Das natürlich auch weiter betrieben haben, sind ja zum Teil auch mit der Initiative ganz, ganz eng verwoben und haben sich das Thema absolut gesetzt. Und die Frage ist nur, welche Linken? Und das ist natürlich tatsächlich interessant, weil im Senat sitzen zum Beispiel mit Klaus Lederer, aber auch mit dem neuen Shootingstar Katja Kipping Leute, die mit diesem Thema nicht wahnsinnig viel am Hut haben. Das ist nicht deren Thema. Und das kommt eher aus der Partei selbst natürlich heraus. Und es wird sich, bin ich mir ziemlich sicher, bei den Linken dann irgendwann eine Konfrontation ergeben zwischen Parteien und Fraktionen auf der einen Seite und den Köpfen im Senat auf der anderen Seite, die nämlich eine realpolitische, nicht nur Agenda, sondern einen Ansatz haben und sagen, wir müssen dafür sorgen, dass wir hier gut regieren und dass wir auch mitregieren und können uns nicht von dem einen Thema so lenken lassen. Das ist die Frage, wie das durchzuhalten ist, weiß ich nicht genau. Also das ist hochgefährlich natürlich oder zumindest sehr brisant für die Linksparteien. Also das ist die Frage, wie das durchzuhalten ist,